Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield Hardline Wir spielen jetzt gerade den Modus Hardwire auf der Map Dust Bowl Nein, nicht Hardwire, Hotwire, sorry Ja, auf der Map Dust Bowl, ich glaube, ja hier, da, Staubwüste auf Deutsch Ich kann euch ja mal den Spielmodus erklären, ich habe ihn jetzt schon ein bisschen gezockt Also, ihr seid hier, dann gibt's Autos, dann gibt's Gegner Und das Ziel ist, diese Autos, die markiert sind mit diesen Punkten, rumzufahren Man muss einfach mit denen rumfahren Man muss in einer bestimmten Geschwindigkeit fahren Und wenn man halt fährt, gehen hier die Tickets von den Gegnern runter Man sieht hier, A, B, D, E, C, das sind alles Autos Und ja Moment, ich brauche mich mal in die Heli Nein, das war nicht so gut Äh Wie gesagt, einfach mit den Autos fahren, dann kriegt man Punkte So Man kann natürlich jetzt die Leute hier aus den Autos rausschießen Und selber einsteigen Man kann die Autos wegsprengen Irgendwo auf der Karte liegen Raketenwerfer und so ein Scheiß-Rund Was war das? So, da ist gerade eine Waffe drin Was ist das? Ja, hier, genau Zum Beispiel ein Raketenwerfer So Angenommen, ich hasse jetzt Autos Will eins loswerden, dann Schieße ich es einfach ab, wenn ich jetzt eins finden würde Da ist eine verreckt Da steht ein Polizeiauto an der Wand Ei, ei, ei Ich persönlich weiß nicht, was ich so von dem Modus und von dem Spiel an sich halten soll Ganz flüssig läuft es natürlich auch noch nicht, es ist halt eine Beta Und mein WC ist eine Schrottmühle Na egal, wir fahren jetzt mal ein bisschen Auto, ich zeig's euch Da unten steht schneller fahren, also fahren wir schneller So Jetzt haben wir das Auto übernommen, jetzt geben wir Punkte dafür Und im Prinzip kannst du einfach im Kreis fahren, das ganze Spiel lang und wenn die Gegner schlecht sind, kriegen sie es nicht Fuck, da kommt gerade von hinten einer Und es können natürlich auch Teammates ins Auto einsteigen und dann schießen Fuck Wow Das ist auf jeden Fall besser als Hot Wheels Die hätten wir den Modus einfach Hot Wheels nennen sollen Voll die verpasste Chance Wow, was war das? Shit, shit, shit Ah, da ist ein Pionier bei uns drin Ich habe gerade keine Ahnung, wie der heißt im Hardline Ich nenne ihn jetzt einfach Pionier Wow Ah, ja, ist klar, ne Ups, ich kann nicht fahren So, und du hockst dich natürlich als Pionier rein Weil Du hast damit so einen scheiß Granat werfen Und Auto braucht zwei Hits, bis es kaputt geht Komm her, komm her Fuck Oh, oh Nein, nein Ah, scheiße Raus hier Fuck Okay, das war gerade schlecht Ich weiß gar nicht, warum ich als Sturmsoldat oder wie heißt denn das Ihr wisst schon Operator, genau Ich weiß gar nicht, warum ich als Operator reingegangen bin Wow 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 Fuck 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 Scheiße Scheiße Nein Ach komm schon Ah, der hat ein Cobra Visier Das wäre nicht nur so schlecht Naja Kriegt das besser hin Ihr seht, ich habe 1490 Punkte mit Genau, im Kreis fahren Mechaniker heißt er Aha Gut, ich suche nochmal hier was aus Ich will jetzt mal mit dem Dirtbike fahren, weil Geil und so Und wir sind natürlich gerade bei den Verbrechern Bei den Gangstern Sprungbonus? Was? Boah, da hüpft man ja nur wie so'n Ball durch die Gegend, das ist ja schlecht Wey So, jetzt fahren wir mal hier mit dem Tanklaster Oh fuck Oh shit Oh du Pisser Piss dich Piss dich Nein Scheiß auf den Tanklaster Nein, den hole ich Komm schon Oh mein Gott Wir werden abgeschossen von irgendwas Ich habe keinen Schaden bekommen Ich weiß nicht, ob das an meiner Fahrkunst liegt Das ist echt Also Oh yeah Wir haben einen Service da bekommen Oh Oh Ich soll nach vorne gucken Und ich habe ein Level abbekommen Ja, ich bin Rang 10 Kleeblatt 10 Toll Und ein Battlepack bekommen Vielleicht kriege ich jetzt mal ein gescheites Visier Wow Fuck Scheiße Komm schon Ja, ich gebe doch schon Gas, Mann Ja, guck nicht so Wo bin ich? Oh Gott Ich fahre echt die komischsten Wege Hier ist ein Stop-Shot im Moment Okay, weiter geht's Du Pisser Nein War das jetzt selbstmord oder was? Ja, es war selbstmord Fuck Okay Okay Hm Beep 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 Ne, ich bin nochmal so ein Dirtbike Boah, hört euch die Hupe an So, wir fahren erstmal so Wooh, yeeeey Warte mal Vielleicht geht das ja Wooh Haha So ein Scheiß-Trick Ich glaube, das ist gerade noch das Witzigste an dem Modus hier So, ein Drift Da war ein Police Officer Fuck Fuck, 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 fuck Wow, was war das? Nehmen wir mal das Auto da hinten Den Punkt E Komm schon, komm schon, komm schon Rein da Ah, das ist eine Limousine Oh, shit, fuck, 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 okay Gut, bei uns noch wieder einer drin Wir werden schon wieder abgeschossen Und ich habe mittlerweile bald 30.000 Geld Also Dollar Kann man sich eine Waffe verkaufen? Ja Mann, haben wir gewonnen? Ja, wir haben gewonnen. Geil. Okay. Ich spiele natürlich direkt noch eine weitere Runde Hotwire. Ich glaube, ich nenne das aus Spaß als einfach Hot Wheels. Also ich spiele direkt noch eine weitere Runde Hot Wheels. Ich habe keine Ahnung, was dieses Gadgets verhältlich bedeutet, aber okay. So. Das, ja, toll. Aufträge gibt es auch. Was kriegt man? Nix, nix. Gibt es irgendeine Waffe vielleicht? Irgendwas Gutes? Kommt schon. Ja, dann halt nicht. Geht es schon direkt weiter? Oh, das geht aber schnell. Hier ist ja aber... Ah, Hotwire auf Downtown. Okay. Ja. Okay. Was ich irgendwie sagen muss, ist, das fühlt sich nicht ganz so an wie Battlefield, das fühlt sich eher an wie... Ich weiß nicht. Irgendein Rennspiel gemischt mit einem 0815-Shooter. Ja, das Typische, was ihr eigentlich vorzielen kann. Also ist das Need for Speed mit Battlefield gemischt. Also, naja. Ich glaube nicht, dass das Spiel so der Bringer wird, weil das, was Battlefield zu Battlefield gemacht hat, die großen Maps, Panzer, Helikopter, alles mögliche, Jets, das ist jetzt bei Hardline weg. Im Prinzip ist das jetzt ein COD mit Autos. Ja, doch, das könnte stimmen. Ich wurde ja in der letzten Folge mit einem Beinschuss getötet, also es ist ein COD mit Autos. Genau. Da kann ich bestimmt rein, da schießt noch keiner. Oh, yeah, ich bin Schütze. Fuck. Oh, oh. Okay. Fuck. Nein, nein, nein. Bro, bro, bro. Bitch. Ich sehe den da hinten. Ich sehe mehrere da hinten. Ja, Mann, ich habe ihn getroffen. Ich weiß nicht, warum sich die Autos so anhören, als würde der irgendwas schleifen. Naja, scheiß drauf. Den hole ich mir, wenn er sich jetzt nicht umdreht. Ah, fuck. Ich hatte nicht mehr so viel Muni. Ich hätte ihn jetzt bekommen. Okay, die Punkte spawnen auf jeden Fall schnell nach. Der Granatwerfer ist leer. Im Prinzip bin ich nutzlos. Ich gehe mal hoch. Da oben liegt nämlich ein Raketenwerfer. Vielleicht tun wir das aus. Äh, hallo. Einmal in die Lift. Der kommt da nicht mit. Meiner. Mein Lift. So, jetzt achtet mal drauf. Fahrstuhlmusik. Die gab es auch im KW4, aber hier ist sie irgendwie cooler. Da ist er, der Raketenwerfer. Ich hoffe, das ist eine Stinger. Ja, das ist eine Stinger. Also, wo ist der Heli von den Gegnern? Das ist definitiv keiner von den Gegnern. Die Stinger kann auch keine... Was zum... Nein, ich habe gar keinen bekommen. Oh, scheiße, war das schlecht. Fuck. Okay. Mann. Ist das besser gehen können? Seht ihr, ich bin nicht im Auto. Ich mache nur Kills. Es gibt kaum Punkte. Also, es ist halt wirklich... Ich suche mir jetzt ein Auto. Nein, Moment. Ich mache es besser. Ich gehe in den Heli. Komm, fliege ein Stück hier, Freundchen. Ah, das ist kein Stück hoch gewesen. Was ist das da oben auf dem... Ah, ich will da nicht hoch. Ja, ich muss hoch. Lift. Wo ist der Lift? Was ist das? Was ist das? Oh, nice. Aber... Hä, hier muss ich doch... Ah, da. Da sind sie. Wir gehen mal hoch. Äh. Nein, wir verpassen gerade die Welt, die sich ein bisschen verändert. Die Map. Ich glaube, der Kran... ...stürzt gerade ein. Hä? Ach so. Toll. Ein Kletterhaken. Wow. Spider-Man oder was? Scheiß, Dicke. Beschuss von oben, nenne ich das. Pfeilschirm aktivieren. Komm schon, ich muss auf die Brücke her, da halt nicht. So, jetzt muss ich gerade ein bisschen schnell nachladen. Er hat immer noch nicht nachgeladen. Ah, jetzt. War das gerade ein Lack? Freundchen, ich möchte da rein. Ich möchte mit meiner Superwaffe da rein. Fahr doch, Mann. Komm, ich möchte einfach mal die Musik anhören. Scheiße, da ist einer runter. Okay, den habe ich. Uah. Ha. Oh mein Gott. Der Typ ist AFK, Mann. Nein, da war noch einer. Fuck. Ich dachte, er wäre nur zwei. Ja, okay. Das Auto ist jetzt kaputt. Das kommt doch vor allem, wenn man dumm rumstehen bleibt. Dumm rumstehen bleibt. Äh, dumm rumsteht. Oder stehen bleibt. Was ist jetzt? Geh mir das Ding an die Fresse, ja. Hallo. Da ist ein anderer Heli. Ja, aber ich habe Beifahrerhilfe bekommen. Bin nix. Ach, weiß ich was. Ach, komm schon. Ah, geil. Ich habe da einen gesehen. Ist das auch das am Arsch? Ist der jetzt tot? So, den haben wir getötet. Den haben wir auch getötet. So, dann werden wir bestimmt gleich wegsnipe. Und irgendjemand anderem. So, da kommt einer. Fuck, man. Nachladen. Äh, da. Getroffen habe ich ihn schon mal. Warum ist er stehen geblieben? Den haben wir auch bekommen. Das ist jetzt ein feindlicher Heli. Das sind so komische Laser-Sprengdinger. Halt den Helikopter. Halt den Helikopter. Halt den Helikopter. Halt den Helikopter. Äh. Ich zeig es euch mal. Also, jetzt weiß ich, was es ist. Das ist ziemlich dumm. Wenn er jetzt ein Gegner so drüberläuft. Boom. Das wäre natürlich besser, wenn ich das so mache. Dann läuft er jetzt hier so durch. Und er explodiert. Also, das Ding explodiert. Nicht der Gegner. Komm schon, Mann. Ja, geil. Geil. Ich habe ihn im Headshot. Oh mein Gott. Oh, wie geil war das denn? Haha. Fuck. Das war so ein schlechter Schuss eigentlich. Bro, ich sehe euch da hinten. Ich sehe sie, aber ich treffe sie nicht. Das ist so schlecht. Wenn ich da hinten gehe, bin ich natürlich aus dem Gebiet, ne? Ah, komm schon. Wichse. Wie viel Muni habe ich noch? Huuuuh. Fuck, 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 fuck. Der meint, der kann mich töten. Der kann mich mal, Mann. Fuck. Ich probiere das ja nochmal. Suspekt in my sights. Den haben wir auch bekommen. Da wurde gerade einer von uns umgefahren. Den haben wir jetzt nicht bekommen. Oh, wir haben nur noch acht Schuss entge... What? Nee. Ah, ah. Hm, nee. Nö? Finde ich nicht cool, ne? Okay. Gesniped haben wir jetzt genug. Ich mag den am meisten, den Operator, aber der ist in dem Modus echt nicht gut. Oh. Nehme ich den hier. Startbike. Und ich glaube, ich habe jetzt den Mechaniker wieder drin. Den Mechaniker. Lololololololololol. So. Bitch. Ich muss kurz den Lift hier suchen. Da oben gibt es eine Stinger oder so ein Scheiß. Leute, hier ist ein Lift, da habe ich von mir rein. Ah, hab's. Und hoch. Was habe ich hier? Oh, yeah. Ich kriege es keiner. Dann ist gut. Dann nehme ich den Stinger. Den Heli. Ne, das ist unsere. Mein Campplatz war der da, ne? Da komme ich nicht. Da unten. Warum lässt man die immer fallen? Okay. Wir haben verloren. Okay, wir haben verloren. Das ist doof. Ich habe dafür 12 Kills gemacht und 3 Tode gehabt. Und schön gekämpft da als Sniper. Ich hatte nämlich jetzt in der Runde gerade keinen Bock auf Autofahren. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.